Das Büro des Teams Die Freiwilligen im Union-Hilfswerk liegt an der U-Bahn-Linie 6. Das ist auf dem U-Bahn-Plan die lila Linie. Wenn du die U-6 in Richtung Altmariendorf genommen hast, steige an der Station Platz der Luftbrücke aus. Nimm den Ausgang, der entgegen der Fahrtrichtung der U-Bahn ist. Gehe die Treppen nach oben. Wenn du die U-6 in Richtung Kurt Schumacher Platz genommen hast, steige an der Station Platz der Luftbrücke aus. Nimm den Ausgang, der in Fahrtrichtung der U-Bahn ist. Gehe die Treppen nach oben. Unser Büro ist in der Schwibusser Straße. Oben kommst du am Meeringdamm raus. Am Ausgang drehst du dich einmal um, dort siehst du einen Fahrradparkplatz. Gehe in diese Richtung. An der nächsten Straßenecke biegst du nach links ab. Du bist jetzt auf der Schwibusser Straße. Du gehst an den großen Häusern vorbei. Nach etwa 100 Metern kommt eine große Feuerwehrzufahrt. Im nächsten Gebäude ist unser Büro. Das Gebäude heißt der Dienstleistungscampus. Der Eingang besteht aus zwei Türen. Die erste Tür öffnet sich automatisch. Du musst nur kurz davor stehen bleiben. Die zweite Tür musst du mit einem Schalter öffnen. Der Schalter ist auf der linken Seite. Du stehst jetzt am Empfang. Hinter dem Tresen sitzt eine Person, die dich begrüßt. Gehe links den Flur runter. Öffne die Tür vom Büro die Freiwilligen im Union-Hilfswerk. Unsere KollegInnen Chiara und Daniel begrüßen dich herzlich und sie beantworten deine Fragen zum freiwilligen Engagement im Union-Hilfswerk. Viel Spaß und bis bald!